In diesem Video geht es heute um lineare, homogene Funktionen. Als erstes möchte ich mir mit dir ansehen, wie man eine Funktion mit Hilfe einer Wertetabelle darstellen kann. Du siehst hier eine Funktionsgleichung y ist gleich 2 mal x und um nun diese Funktion zu zeichnen, legen wir eine Wertetabelle an. Für die Wertetabelle habe ich jetzt die x-Werte minus 1, 0, 1 und 2 genommen und wir berechnen nun gemeinsam die dazugehörigen y-Werte. Setze ich in die Gleichung y ist gleich 2 mal x für x minus 1 ein, erhalte ich y ist gleich 2 mal minus 1 und das ergibt minus 2. Das gleiche mache ich nun mit 0, 2 mal 0 wäre 0, dann mit 1, 2 mal 1 ist 2 und zum Schluss noch mit 2, 2 mal 2 ist 4. Diese Werte kann ich nun übernehmen und in das Koordinatensystem einzeichnen. Hier siehst du nun Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4. Punkt 2 ist hier in einer anderen Farbe gehalten, da dieser genau im Ursprung liegt und das ist ein Kennzeichen für eine lineare homogene Funktion und zwar, dass die Funktion immer durch den Ursprung geht. Nun brauchen wir nur mehr mit einem Lineal unseren Funktionsgrafen einzeichnen und wir sind fertig. Im Folgenden möchte ich dir nun eine andere Methode zeigen, wie man so einen Funktionsgrafen auch zeichnen kann. Wir nehmen wieder die gleiche Funktion y ist gleich 2 mal x. Nun ist so eine lineare homogene Funktion immer nach einem Schema aufgebaut. Das Schema sieht so aus, der Aufbau der Funktion y ist gleich ein Wert k mal x. Wenn wir uns nun die Funktionsgleichung ansehen und dann den Aufbau der Funktion, sehen wir, dass das k im Aufbau der Funktion der 2 in der Funktionsgleichung entspricht und das k ist in diesem Fall die Steigung. Wir helfen uns nun also mit einem Steigungsdreieck. Zuerst schreiben wir uns k, also die Steigung, noch einmal separat heraus. k ist gleich, in unserem Fall 2. Wir schreiben das aber nun nicht als natürliche Zahl, sondern als Bruch. Nun müssen wir noch schauen, was dieser Bruch für uns bedeutet. Die Zahl im Nenner, also 1, sind die Schritte, die wir auf der x-Achse gehen müssen. Die Zahl im Zähler, also oben, in diesem Fall 2, sind die Schritte, die wir auf der y-Achse gehen müssen. Wir gehen also nun einen Schritt auf der x-Achse und wir gehen zwei Schritte auf der y-Achse. Und wir erhalten hier nun einen Punkt. Und verbinden wir nun diesen Punkt mit dem Ursprung, erhalten wir unser Steigungsdreieck. Haben wir nun dieses Steigungsdreieck eingezeichnet, ist es ein leichtes, die Funktion zu vervollständigen. Wir brauchen nur mehr unser Lineal, legen es sauber am Steigungsdreieck an und zeichnen unsere Funktion. Wenn wir nun die Punkte aus unserer Wertetabelle wieder eintragen würden, sehen wir, dass die Punkte natürlich wieder auf der Funktion liegen. Wir erhalten also mit dem Steigungsdreieck dieselbe Lösung wie mit der Wertetabelle. Das Steigungsdreieck kann natürlich nicht nur vom Ursprung ausgezeichnet werden, sondern es kann theoretisch überall an der Funktion gezeichnet werden, wie du hier nun siehst. Ich würde dir aber empfehlen, bei der linearen, homogenen Funktion wirklich immer beim Ursprung, also beim Nullpunkt, zu starten. Diesen Hefteintrag schreibst du bitte wie immer in dein Schulübungsheft. Die Begleitaufgaben findest du entweder in der Videobeschreibung oder auf meinem Blog und ich freue mich auf die nächste Mathematikstunde.